Musik 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 Das ist der Sieger, den wir hier begrüßen mit einem Riesenapplaus. Glückwunsch, Europameister 2010, Lars Forster aus der Schweiz. So, da hinten wird gespringert, um Platz 2 und 3, das bedeutet ja. Bei den Querfet 1-Europameisterschaften an die Schweiz. Vom Paul C. Eschenbach kommt der neue Europameister, Lars Forster. Und er freut sich vor allem Roland Hofer, der Generalsekretär des Europäischen Herbstverbandes, der hier das Trikot überreicht. Er ist Schweizer und freut sich, dass eben zum zweiten Mal ein Schweizer Europameister bei den Krassern ist. Das ist hofft und auch die Zukunft, Lars Forster, Europameister 2010. Und Ihnen wird man ganz bestimmt auch wiedersehen bei den Weltmeisterschaften in St. Wendel. Meine Damen und Herren, zur Ehre des neuen Europameisters der Klasse Junioren, nun die Nationalhymne der Schweiz. Ja, das war so. Okay, das war so. Ja, das war so. Ja, das war so. Schwer so. Okay, das war so. Amen. 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 Amen.